So schöner blauer Himmel. So viele Autos. Welches nehme ich denn? Welches nehme ich denn? Welches Los geht's mit dem nächsten Video, das da heißt Fockerchen Traumfabrik. Und zwar möchte ich grüßen eine ganz bestimmte Person und die weiß dann schon welchen, dass ich meine. Und zwar die Marie. Servus Marie. Warum grüße ich die Marie speziell? Weil die Marie, glaube ich, die jüngste Zuschauerin ist, die ich habe. Die ist neun. Mit mir weder verwandt noch verschwägert. Deswegen macht sie es freiwillig. Ja, Marie, wenn du mal größer bist und du das Video siehst und ich dir den Tipp gebe, mach doch aus deinem Leben oder vergeude doch die Minuten in deinem Leben besser als mit meinen Videos anzuschauen. Vielleicht verstehst du es jetzt nicht, aber vielleicht mal, wenn es du 21 bist. Ja, die grüße ich recht herzlich, weil das auch mein erstes Autogramm war, das ich habe geben müssen. Und deswegen ist mir die Marie halt so in Erinnerung. Die hat dann auch gleich noch ein Bild geschickt, wo sie das Autogramm so hochhält und grinst. Und ich habe dann versprochen, ihrem Dad habe ich das versprochen, wenn ich mal ein Video mache, dann werde ich sie speziell grüßen. Hiermit geschehen. Viel Spaß Marie und auch viel Spaß allen anderen bei hinter den Kulissen der Fockmockers Traumfabrik. Lustig wird es nicht, aber langweilig. Pies! In meiner Hexenküche. Ja, ihr seid jetzt eingeladen bei mir in meinem Zimmer und schaut einmal ein bisschen hinter die Kulissen. der Traumfabrik. Ich schau gerade. Ihr könnt mich gar nicht richtig hören, weil ich die Brille gar nicht auch habe. Jetzt geht es besser. Jetzt ist auf einmal alles scharf. Wunderbar. Ich habe ein paar Mails bekommen, ein paar Nachrichten, wie das so ausschaut bei mir, wie ich das schneide, was ich so für Equipment daheim habe. Ich habe ja erst umgerüstet. Ich bin immer noch nicht ganz so happy, wie es eigentlich sein müsste. Ich habe von einem Mac, den ich immer noch habe, 9 Jahre alt, eben auf den Rechner da, den man jetzt gerade sieht, umgerüstet. Das ist ein Rechner mit einem AMD Ryzen 7 2700x Prozessor, wassergekühlt, 32 GB RAM, einen X470 Mainboard, eine 1080i Karte, Grafikkarte, dann habe ich eine M2-Festplatte drin, dann habe ich noch eine Samsung-SSD drin. Die S2 hat, ich glaube, 500 GB. Ja, 500 GB. Dann die SSD hat 1 TB. Dann habe ich noch eine, ja, für die Daten, große Datenmengen, wie zum Beispiel Videos oder Musik, habe ich noch eine normale mechanische Festplatte, eine SSD, keine SSD, eine HD und die hat 4 TB. Das alles passiert, im Endeffekt, das Schneiden passiert von dir vor diesem 55 Zoller. Von Samsung ist mittlerweile auch schon drei Jahre alt, war damals beim Black Friday eigentlich ein Schnäppchen, es ist heute nur ein Schnäppchen. Sitten tue ich auf meinem, ja, Rennsitz, den ich jetzt vor kurzem bekommen habe, bzw. gekauft habe und den zusammengebaut habe. Ja, besser als der, den ich vorher hatte. Hat ein paar Kleinigkeiten, die ich jetzt persönlich noch ein bisschen bemängel, aber da werde ich schon drüber wegkommen. Das Lenkrad ist von der Firma Fanatec. Das ist das CSL Elite, mit dem normalen Aufsatz drauf, der auch für die PS4 funktioniert. Dann habe ich noch eine Xbox 360, ne, eine Xbox One, so heißt die, die ist aber momentan eher als Staubfilter da. Das heißt, der ganze Staub, der rumfliegt, setzt sich auf das Teil und reinigt somit meine Luft. Also die habe ich schon lange nicht mehr angehabt, die müsste ich mal updaten. Keine Ahnung, würde wahrscheinlich erst mal drei Stunden laufen, bis das funktioniert. Eine Tastatur habe ich eine LionCast, die, die man ja in der Farbe verstellen kann, wow, aber die ist auch hintergrund beleuchtet, weil bei mir ist im Zimmer eigentlich nicht so hell wie jetzt, weil ich den Scheinwerfer, noch die NLG-Scheinwerfer an habe. Aber normal, es ist ja dunkler und es ist immer ganz gut für alte Menschen wie mich, dass man die Tastatur auch im Dunkeln einigermaßen erkennen kann. Dann habe ich noch einen Dragball von der Firma Logitech. Ich mache hier auch keine Dauerwerbesendung oder so, weil das Zeug habe ich alles selber gekauft und selber bezahlt. Da ist mir nichts irgendwie zugekommen und dementsprechend ist das keine Werbung, weil ich dafür auch nichts bekommen habe. Dragball deswegen, weil ich mein Leben lang, seitdem ich echt noch habe, und das ist seit 1992, eigentlich mit Dragboys unterwegs bin. Ich kann auch mit Dragboys ganz normal zocken. Auch Ego-Shooter spiele ich mit Dragboys gut, ist die eine Sache. Aber das liegt nicht an dem Dragboys, sondern eher an meiner Lubigkeit. Genau, ich habe das dann da hier so liegen und dann habe ich hier im Endeffekt, ich möchte mir hier noch eine kleine Tischplatte bauen, die ich hier befestigen kann, dass ich das also komplett abnehme und hier eine kleine Tischplatte festmachen kann, dass ich dann die Tastatur dann so drauflegen kann und dann kann ich da einwandfrei zocken und schneiden. Es wurde gefragt, weil einige schon das Lenkrad gesehen haben, was ich zocke. Ja, F1, aber das ist jetzt nicht so meins, eher das Assetto Cursor und das Raceroom. Und da sind auch öfter, oder da war auch schon mal ein 24-Stunden-Rennen dabei oder auch wieder ein 8-Stunden-Rennen demnächst irgendwann mal. Und ja, bin ich sehr zufrieden mit dem Lenkrad. Passt. Habe ja auch schon einige Jährchen. Kommen wir zur Software und mit dem ich schneide. So. Ach ja, normalerweise habe ich immer gesagt früher, dass ich auf meine Rente spare und ich möchte mir eigentlich mal einen Flugzeugträger kaufen, wenn ich in Rente bin. Aber das ist so oldschool. Ich habe mich jetzt eigentlich für einen Sternenzerstörer entschieden. Das ist so das Grundmodell. Klimatisiert, Warp-Antrieb, eigentlich so das Normale, keine großartige Ausstattung, Tempomat, mehrere Ionenkanonen und eine große Halle innen drin, damit ich mit meinem E-Auto rumfahren kann. So, genug. So, ich habe als Software habe ich Pinnacle. Das ist eine kanadische Firma, was ich jetzt mitbekommen habe. Zweischneidiges Schwert. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was ich davon halten soll. Es funktioniert zwar einerseits, aber andererseits auch nicht. Stürzt öfter ab. Und dementsprechend hat man hier eben oft einmal eine halbe Stunde gearbeitet und dann plötzlich ist es weg und man darf nochmal anfangen. Nein, eine automatische Speicherung hat es nicht. Und deswegen umso ärgerlicher, was ich hier für Arbeit habe. Die YouTuber unter euch wissen, dass wir das funktioniert. Aber das ist halt unser täglich Brot, was wir haben zum Schneiden. Ja, das kennt man. Das ist mein Intro. Und dementsprechend lasse ich das natürlich so, wie das ist drin. Warum? Weil ich es immer wieder mit reinschneide, ob ihr wollt oder nicht. Jetzt importiere ich mein neues Video. Das Video, das ich jetzt filme, kommt raus vor dem, was ich jetzt hier schneide. Ja, es ist nicht ganz einfach. So, die zwei möchte ich haben. Einmal vor dem Intro und einmal nach dem Intro. Das Hauptvideo. Import starten. Manchmal kommt hier eine Fehlermeldung. Ich weiß nicht, warum. Es hat trotzdem importiert. Diesmal weiß ich nicht, ob es funktioniert. Ich schaue mich immer noch ein bisschen nach einem anderen Schneideprogramm um. Es gibt ja mehrere. Das iMovie, was ich vorher gehabt habe, auf dem Macbook. Das ist so das Brot- und Butter-Schneideprogramm von Apple. Aber dieses ist eigentlich, finde ich, sehr, sehr gut. So, jetzt kommt erst mal das Vorgeplänkel. Das ist ein bisschen größer, sehe ich schon. Aber das muss ich dann zuerst mal schneiden. So, schaue ich mir das jetzt mal an. Das ist jetzt das Rohmaterial von dem Video. Ja, das will ich ja nicht alles vorspielen. So, das wird jetzt grob einmal geschnitten erst einmal. Und zwar werde ich jetzt dieses Vorgeplänkel, was ich habe. Das heißt, wenn ich zur Kamera hinlange und die Kamera einschalte, das möchte ich nicht dabei haben, das schneide ich immer raus. Und zwar werde ich anfangen, genau hier fängt es an. Dann gehe ich noch ein bisschen zurück. Blick in die Kamera. Und genau das will ich haben. Jetzt ziehe ich das ein bisschen weiter rüber. Und zwar genau hier hin. Jetzt schiebe ich das wieder am Anfang. Hier oben sieht man eine grüne Leiste. Der rendert immer im Hintergrund schon mal vor, damit der dann beim Rendern nicht mehr so lang braucht. Macht bei dem sowieso nichts aus, weil er ein 20-Minuten-Video wie dieses zum Beispiel rendert, der mir jetzt auf 15 Minuten. Das Hochladen ist ein Problem, weil das sind halt so um die 3 Gigabyte. Und ich habe zwar eine 50.000er Leitung, aber eine 50.000er Leitung heißt, dass ich damit knapp 0,6 MB pro Sekunde rauflade. Und dementsprechend ist das ein bisschen, ja, könnte schneller. Wird auch schneller werden jetzt auch. So, das heißt, das passt jetzt erstmal soweit fürs Vorgeblinker. Jetzt gehe ich mal zum Schluss, weil ich ja dann zum Schluss auch wieder an die Kamera hin lang hier. Und das will ich nicht dabei haben, sondern bis dahin. Jetzt habe ich schon mal, ich mache das immer ohne Übergang, ich bin kein Freund von Übergängen, weil man zieht sich dann irgendwann einmal ab. Übergänge sind auch eine Modeerscheinung. Früher hat es diese Blätterübergänge gegeben oder dieses von oben nach unten rieseln oder diese Raster, die sich dann plötzlich ins Nichts auflösen oder ins neue Bild reinblenden. Das ist immer so Modeerscheinung. Man sieht dann, man kann ganz genau erkennen, ältere Videos mit neueren Videos, wenn man die alten Überblenden dabei sind, ist das immer so, ja, ich weiß nicht, ich bin der Freund, ich mache nicht viel Überblenden und wenn dann bloß schlechte. Ja, genau. Jetzt schaue ich bloß mal, ob es soweit passt. So, Peace! Genau, jetzt kommt das nächste Video, das Hauptvideo. Das ist ja Fockerchensheimfahrt, Teil 26, glaube ich. Peace! Peace! Genau, bis dahin möchte ich es haben. Jetzt wird den wieder geschnitten. Machen wir so. Sieht man die Hand noch nicht, die Hand zum Bruse. Peace! Genau. Wieder unterwegs von zu Hause? Nein, Quatsch! Von der Arbeit nach zu Hause? So, jetzt haben wir hier eigentlich die ganze Timeline schon mal, die man, ja, halt komplett sehen kann. Da oben kann ich die Timeline, beziehungsweise das Video, von vorn bis hinten scrollen. Das sind, wie viele Minuten sind es denn? Ei, ei, ei. Okay, 24, oh, ist aber lang geworden, okay. Ja gut, dann müsst ihr halt eins anschauen, das 24 Minuten lang ist. Ich weiß nicht, wie viel das das jetzt bekommt, Minuten, aber so viel werden es jetzt nicht mehr. So, das war ein kleiner Einblick in die Technik, die ich hier bisher so verbaut habe. Das ist mir voll geil, wenn man da so fährt. Das liegt gerade, das hört sich so schön an. Das ist so Echtleder, Alcantara leuchtet, blinkt, das ist perfekt für den Focker. Ach, Kind sein ist einfach schön. Ne, eine kleine Führung in meinem Schneideraum und ich hoffe, das war für euch einigermaßen interessant, oder informativ. Da werden noch viele Sachen entstehen. Ich hoffe, dass wir jetzt demnächst auch mal wieder ein paar Fahrvideos machen können mit anderen Autos. Ich bin jetzt schon wieder drüber. Mit VW, das hat ja nicht so geklappt. Die haben damals angefragt bei mir einen Golf, einen E-Golf zu testen. Ist auch eigentlich das Vorgeplänker haben wir alles gemacht. Wir haben das alles vertraglich ein bisschen geregelt. Die wollten halt dann Zugriff auf das Video haben, also im Endeffekt eine rechte Übertretung, dass sie auch auf das Video zugreifen dürfen, als Werbezwecke zum Beispiel. Was sie nicht gewusst haben, dass ich bestimmt keine Werbezwecke machen kann, weil ich einfach zu nubig bin, zu amateurhaft. und dann haben die halt ein paar Videos von mir angeschaut und da waren wahrscheinlich auch Videos dabei, wo ich geschimpft habe. Ja, also Diesel-Skandal und keine Ahnung was. Da war ja VW dann auch mit dabei und ich glaube, nachdem dass ich den Vertrag dann rübergeschickt habe und sie eigentlich sich hätten melden sollen bei mir, was betrifft E-Golf-Probefahrt und ein Testbericht, dann haben sie sich nicht mehr gemeldet bei mir. Pech gehabt. Da mache ich halt einen mit dem Undesignen, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Kia Niro ist interessant, da wäre jetzt ein bisschen meine Fühler ausstrecken, dass ich den nochmal ein bisschen eher sehe und natürlich auch den Hyundai Kona, der ja schon im Netz ist, auch Testberichte, aber ja, auch ich möchte den mal testen. Das mit dem Model 3 ist immer noch zwar im Blick, allerdings ja, ich habe ihn da nicht vorbestellt, wäre ich auch nicht. Ich werde ihn, also wenn ihn kauft, dann halt kaufen, wenn er ganz normal verfügbar ist, wenn man dann Lieferzeiten von vielleicht einem Vierteljahr oder vielleicht einem halben Jahr hat und dann muss ich mal schauen, wie das ist. Vielleicht haben wir vorher schon einen anderen, muss ich mal gucken. der Niro ist ganz interessant, glaube ich, der Soul soll jetzt aus 64er rauskommen. Schauen wir mal, den gefällt hat meiner Frau recht gut, weil der, sie macht den Soul halt sehr. Ja, also mit, mit der höheren Sitzposition, die Form gefällt ihr recht gut, auch der neue soll ein bisschen, ja, facegelifteter sein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber kommt mit 64er Batterie. im Video hat man ja schon gesehen, aber der Kia-Händler wusste nichts davon, aber das passiert öfter, dass die Verkäufer das nicht genauso wissen, was jetzt demnächst rauskommt. Das war's, ich hoffe, es hat euch einigermaßen Spaß gemacht. Servus sagt locker, euer Schneidefocker. L L L L L